Hallihallo, ich komme gerade zurück aus dem Wald, habe vorhin meine Erklärvideos zum Thema Tarnen und Täuschen, so am Beispiel der Insekten und Schmetterlinge gedreht und hatte so große Freude daran, dass ich dachte, ich mache noch einen kleinen Zusammenschnitt. Und zwar wollte ich euch zeigen, wie schön sich Kontraste, also kontrastreiche Muster in die Umgebung einpassen, wie man da so richtig rein sinken kann, unsichtbar werden kann im Wald. Und dafür habe ich jetzt eine kleine Zusammenstellung gemacht. Ich habe einfach eine ganz normale beige Hose, also eine hellbraune Hose an. Es geht also nicht darum, mich irgendwie gar nicht mehr zu finden. Ich möchte eigentlich immer noch ein bisschen gesehen werden. Ihr sollt einfach mal im Blick haben in die verschiedenen Oberteile, die ich an habe. Jacken und Pullis, die sich so angesammelt haben im Laufe meiner Outdoor- und Jagdkarriere, wie sie sich einfügen hier in den Wald. Viel Spaß dabei! Ich möchte euch mal machen. Es geht auch um. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020